Zu meinem Forschungsgebiet in der Informatik bin ich ursprünglich gekommen, weil ich schon als Schülerin in der Schule mich sehr für Mathematik begeistert habe und Mathematik schön fand im eigentlichen Sinne und unterstützt worden bin, auch von sehr guten Mathematiklehrern, die ich damals hatte, und habe mir dann überlegt, Mathematik zu studieren. Allerdings war mir das dann doch zu wenig praxisbezogen und einfach praktisch. Und da war die Informatik einfach das ideale Studienfach für mich, denn auf der einen Seite hat man da die formalen Herangehensweisen, aber auf der anderen Seite auch die Realisierung in tatsächlichen Systemen. Und gegen Ende meines Studiums habe ich mich dann für die künstliche Intelligenz begeistert, weil ich es faszinierend fand, dass man intelligente Systeme bauen kann, tatsächlich bauen kann, die Wissensmodelle haben, die also über eigenes Wissen verfügen, die aus diesem Wissen, das sie haben und aus Wahrnehmungen, die sie selbst machen, Schlussfolgerungen ziehen, die in der Lage sind, Handlungspläne zu erstellen und dann entlang dieser Handlungspläne intelligentes Verhalten zu realisieren.